Mutige Fahrradfahrer trotzen dem eisigen Winter. Auch Großbritannien bleibt nicht vom Beast from the East, dem Monster aus dem Osten, verschont. In weiten Teilen des Landes lagen die Temperaturen erstmals in diesem Winter unter 0 Grad. Hinzu kamen heftige Schneeschauer. Bis mindestens Freitag soll das frostige Wetter anhalten. Schon jetzt gibt es zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. In Italien brachte der Schnee das öffentliche Leben zum Erliegen. In Rom blieben Schulen und öffentliche Einrichtungen auch am Dienstag geschlossen. Das Militär der italienischen Hauptstadt wurde mit der Räumung des Schnees beauftragt. Die ungewohnte Kälte könnte noch weitere infrastrukturelle Probleme mit sich bringen. So drohen Schäden an oberirdisch verlegten Wasserleitungen. Die Anwohner nutzen das verlängerte Wochenende für eine seltene Schneeballschlacht, vor der sich selbst Touristen nicht in Sicherheit bringen konnten. Tja, bis zum nächsten Mal.